Ist einer runtergefallen? Zwei! Ich hätte... Immer in zwei... Los, er kämpft schon! Ich würde jetzt wirklich nicht machen, wir es nicht mit einem verdammten... Ich weiß. Aber ich glaube, die Steinschläfer werden trotzdem so ein Problem erwacht. Ne, es war... Ab jetzt hätte man es auch ohne den geschafft. Man hätte auch am anderen Tag entlang gehen können. Ähm, Monty krepiert hier gerade. Verdammter Mage! Ja, wir haben die Gule ausgelassen. Jetzt greifen sie mich an. Hilfe! Ich habe noch keinen Baum. Ich habe noch keinen Baum, verdammt. Du magst den Baum. Weil Baum... Ja, ich weiß nicht, ich habe ihn auch noch mit einem HP oder so circa gerettet. Und wo ist der Arter? Schau mal auf Ding, ey. Der ersprügelt sich gerade mit irgendwelchen anderen Monstrositäten. Hat der eigentlich schon Totstellen? Ich glaube nicht. Man bekommt das, was? Ich weiß es nicht. Schon so ewig nicht mehr gezockt. Ich wusste nicht mal, wann man malen. Der Wildnis bekommt, man. Wir wollen... Wir wollten gerade schreiben, was noch in der Kiste drin ist. Ähm, der Hunter krepiert. Ah, ich wurde unterbrochen. Und sein Wolf auch. Wenn der Wolf sich erst daran geht, dann schreie ich, oh nein, der Wolf ist tot. Ist während des Kampfes nicht möglich. Ja, stirb endlich. Oh, großer Sack. Und leichtes Leder. Ups. Sorry. Das wollte ich gar nicht... Das Leder wollte ich gar nicht fail. War das? Es ist ja das Kranke. Es gibt ja wirklich Bots. Und die würden... Ich glaube irgendwie auch, dass es ein Bot ist. Komm. Ich glaube nicht, dass es ein Bot ist. Ich glaube nicht, dass es ein Bot ist. Ich meine, er schreibt die ganze Zeit nichts. Und er rennt einfach die Default-Route. Ah. Also, er ist hier nicht einmal über die Däche gegangen, oder? Er hat es halt versucht, aber... Ist ein Bot. Ich weiß es nicht. Was da läuft an der Hunter normal? Sag ich halt. Schau. 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 Hast du gerade gemerkt, wie du gegen die Wand gerannt bist? Schau. Das ist ein Bot? Das ist schon ein Lansinn. Möchtest du 100 Kalt? Möchtest du 100 Kalt? Angela. Schau. Schau. Bist du... Man kann über sie aber nicht handeln. Oh ja. Aber nur die blauen Sachen. Ja, man kann nur die blauen Sachen aus den Instanzen handeln. Und... Die... Irgendwas noch, Tränke und sowas, glaube ich. ... Es ist Monty sowas von ein Bot irgendwie. actually wie er nur rum steht. Obwohl ein Bot hätte sich wenigstens bewegt. Er ist schlechter als ein Bot. Ja, ein Bot bewegt sich automatisch, also wenn der wirklich so einprogrammiert ist. Ich meine, er muss ja alle Boss-Taktiken einprogrammiert haben. Aber... Ah, es wurde vergiftet. Aber von den Fähigkeiten her glaubt man wirklich, es ist ein Bot. Witzig. Schreibt's in die Kommentare, ist er ein Bot oder nicht? Was glaubt ihr? Mir kommt wirklich vor wie ein Bot. Ich meine, beobachte den mal. Ja, ich weiß. Seine Casts. Ja, lass den jetzt ein Bot sein. Nein. Und hat er ja... Aber er hat ja immer nicht groß geschrieben. Es ist ein guter Anfang, kein Bot zu sein. Jetzt wollte ich XD statt GZ schreiben. Jetzt wollte ich XD statt GZ schreiben. Hehehe. Fail. Tief. Tief. Ahja, wir müssen den ja... Warten. Ja. Tief. 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 Aber von den Bewegungen her glaub ich irgendwie... Ich weiß, das ist ein... Ich hab irgendwas gewürzt. Vielleicht macht das mit Absicht. Was kann ich für euch tun? Haltet die Ohren. Oh, ja? Ach ja, da kommen Ghoule. Ach nein, die kommen erst später. Ach, ich hab Post vom Postmeister. Ich bin so für ihn. Servus. Das ist eine wirklich geile Gruppe. Ach ja, Servus. Wenn du jetzt noch mitschaust, das LP ganz zufällig, dann sag mal, ob du Deutscher oder Österreicher bist. Würde ich mal interessieren. Ich schätze mal Deutscher, ich weiß nicht warum, aber es spielt einfach viel mehr Deutscher als Österreicher. Warum wohl? Die Firma von Blizzard ist in Frankreich. Also auf das kannst du es nicht schieben. Man denkt ja laut. Ja, aber der Hauptsitz von Europa ist in Frankreich. Es ist laut, dass du so sehr hast. Ich hasse alle Länder aus Österreich. Alle sind scheiße. Aus Österreich und Deutschland. Nein, Deutschland ist auch scheiße, weißt du? Das hätte ich jetzt von ihm nicht gedacht. Du wachst schon die Tür auf. Ich weiß, das ist ja das Schöne. Wenn man weit vorrennt, dann macht er schon die Tür auf. Einmal war es, der R heißt die ganze Zeit nicht kommen, man musste gegen die Tür rennen. Ich weiß, den Bug kenne ich auch. Aber da war halt ein Verlassener. Ja, was willst du? Es ist ein Verlassener. Ich bin ja mal auf seine Boss-Taktik gespannt. Aua! Ich habe mich voll den Headshots hier umkassiert. Mit einer Giftspritze. Echt der Hunter. Wie schafft es der Hunter wenig Leben zu haben? Ich habe alles so runtergesprungen, dass das mit zwei Headshots. Ich habe jetzt zwei Debuffs, die mir gerade extrem Schaden gemacht haben. Und das soll ich jetzt schon keinen Mann an mehr. Geht's jetzt? Ich hoffe, er pullt den Tank, äh, den Tank, den Boss-Taktik. Ja, wirklich. Ich hoffe, der Boss pullt den Tank nicht. Nee, du hast nur er pullt den Tank nicht gesagt. Aber naja, da es ein Mob gibt, der Tank heißt. Komm, komm. Der Magier. Der Magier. Er ist ein Bot. Nein, nicht tödliche Wunde. Nicht tödliche Wunde. Nein. Oh oh. Die Gule greift mich an. Oh oh. Und ich habe schon fast keinen Mana mehr. Oh, schade. Geht nicht. Mit Kick. Alter. Ja, ich muss... Ich habe... Wipe. Was pullt der Mage auch? Lass ihn, er ist ein Bot. Ich mache mal... Ich... Ich hoffe, ich überlebe. Ja, ich überlebe. Ah, gut. Wunds ist nämlich mal der Boss. Das war für die 100 Gold. Äh, so. Ich frage mich, warum der Hunter verreckt ist. Normalerweise leben die ja. Und die Schurken. Ah, kannst du schon? Ja, sicher. Wo ist aber der Tank? Ah, da. Nicht Mana niedrig. Ganz toll. Toll. Ey. Wie der Hunter reinrennt. Na, weißt du, uns ist mal Lord Godfrey. Irgendeine Intelligenz. Besser. Was gepolt. Ich bin so klar, da mal Rückweg zu Lord. Ich war mitten in der Distanz. Auf einmal läuft mir Godfrey überm Weg. Wie? Keine Ahnung. Irgendwann mit dem Lord Godfrey. Kriege ich jetzt die 100 Gold? Äh. Warte. Na. Das erfülle ich mir nicht gerade. Alter. Warum habe ich ihn überhaupt gerade gerätzt? Ich habe nicht gesagt, dass ich es dir gebe. So, ich trinke jetzt einfach mein restliches Quellwasser. Und ich trinke jetzt Cola. Wer? Kayakula. Sississ. Ah, du. Du kleiner Goblin, du. Kauronpaladine. Wer polt? Alter. Alter. Wer war's diesmal? Ich hab's nicht gesehen Hast du irgendwas gesehen? Nein Na toll, ich hab die verfluchten Kugeln Also den Debuff Was macht? Sehr viel Schaden sogar, ich mich erinnern kann Verlust Sehr viel Schaden, sehr viel Schaden Sehr viel Schaden Die Schaden pro Sekunde und Heilung verringert Toll Hab's gemerkt Gibt Schlimmere, Luzi, Franz, Fluch Für den Heilung Was? Ich hab keinen Mana mehr Ah, Mana-Trank Ich muss jetzt sehr haushalten Sehr haushalten Aber momentan geht's Oh, er hat Kugeln Er hat die Kugeln Wieso hat er die Kugeln? Wachst du Kugeln? Die 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 Buff-Kugeln Heilung verringert Ja Alter Nein Ich bin Wie viel Leben hat er noch? Schiet Der Tank ist tot Ja, ich, nicht mein Was, wen meinst du Das meinte ich Oh Toll, jetzt muss ich ihn mit Auto-Hits töten Oh, das ist mir schlecht Wer hat dies Oh, dann Dann Okay Okay Hm, Gott Alter Wieso Geh ich so schnell um? Ich will mal die Brücke da Nicht weiterkommen Ne, unsichtbarer Mauer war da mal davor Hey Kann man da eigentlich runterführen? Wie, ich kann mich porten? Du, an dich Äh, bei dem Anfangstypen Der Anfang Der geisterhafte Stahlknecht Der portet dich Oh Cool, wusste ich gar nicht Ach ja, wirklich Äh, zum Labor, oder? Hm Und das ist der Oh Cool Da Ah, der Reißhalter sind Einander Ja, ich wusste es wirklich nicht Ich hab mir gedacht Was macht dieser blöde Geister Das hab ich am Anfang auch gedacht Ah, so Wieso Jetzt erst mal alle schön full life bekommen Das macht mich so glücklich Jo, jo Jo, jo, jo Ich hätt J schreiben sollen Als erster Wird ja auch noch verwendet Jo, jo, also Jo, jo Jo Siehst du, dass ich Carsten will? Also jetzt nicht mehr Keine Ahnung, ich guck jetzt nicht drauf Wie der Mage Äh, der Hunter Wir kriegen euch alle drin Willst Wie der Hunter war Achso Ja In Caps Das hab ich vergessen zu erwähnen So Jetzt Hat er auch sein Mana? Jeder hat full Mana und full HP Ich glaub ich bin Das ist einfach nur zu schlecht Energie Verdammt, ich hab mich grad voll Die, ach Was macht er? Polen Ja Aua Was tut mir gerade weh Deine Stadt Du hast seinen Namen gesagt Und? Hier meint er den Strauch gesagt Wieso nicht? Er schaut sich seh nicht an Nein, ich bekomm die Kugeln Wieso bekomm? Ich hasse solche random Zauber Ich kann nicht buffen Ich sterbe Nein, nein Nein Boah 19 HP Ich hab's schon wieder Der hat was gegen Ich hab's schon wieder Warte, warte Halt noch kurz durch Oh Ja Boah Dies Ich verrägle Ich hab nicht drauf geachtet Sorry Das war für damals Wie wär's, wenn du mich resten würdest? Ich hab keinen Mana So, jetzt Schneller Du Warte, 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 warte Nein, du bist Du bist hier Nice Sorry, ich bin ausgerutscht Ja Soll ich da drauf würfeln? Ich lass mal Ich hab keinen Stoff Ich hab das geschafft Du kastet viel zu langsam Oh Gott Was krieg ich von ihm? Schuhe Was krieg ich von ihm? Der schlafende Schurke Der schlafende Schurke Du hast geschlafen Du hast geschlafen Genug der Klauderei für heute Schuhe Oh Was Ich hab mir nicht den fetten Beutel angelegt Alter, ich hab jetzt schon 3 2 10 Platzbehälter Ich hab jetzt 2 10 Platz, 1 8 und 1 6 Hm, ich war nicht da und nur ausgeruht So, hab ich jetzt die Geisterstiefel Ja, ich hab die Geisterstiefel Oh, ich hab das Geisterstiefel Oh, oder? Nein, Sandalen der Aufopferung Cool Oh, er gibt dir was Er gibt dir was Er gibt dir was Er gibt dir was Oh mein Gott, er gibt dir was Er gibt dir was Wieso haben fast alle mich im Target? Handel abgebrochen Das ist Der Wolf hat dich nicht im Target Oh ja Oh Der Mage hat mich nicht im Target Oha, wir können jetzt schon Verlies von Sturm Moment Und Beepen Wer hätt's gedacht Besser Jetzt hab ich mir auch gerade gedacht Plan B Okay Okay Verlies von Sturm Oh Jetzt hab mich alle im Tag Ey, Verlies von Sturmwind Stufe 20 Ich hab mich alle im Tag Ich hab mich alle im Tag Ich hab mich alle im Tag